türi dritten weh kommt zurück bei para wird heute mit dabei der fleisch hallöchen heilert grüß dich das erste mal dass wir zusammen aufnehmen ja und zwar mal getrennten immer durch die zeiten hat uns überlegt gehabt was wir jetzt machen am besten in der aufnahme er wollte aufnehmen ich wollte auch gefragt ja wo wir dann zu machen und ja bin dafür hinter dir ein kleines oktopus was machen die wird ja gar nix die sau ich war doch nicht okay ich wollte mal gerade eben nach unten gehen wir gerade noch ein bisschen spaß hatten hier von diesen zombies ich komme ich folgte gleich sofort wo zwei immer sind immer ganz gut ich meine also wirst du denn ender creeper neue tage ich komme kurz die tastatur mit dem kämpfen was ist denn für dann ist also einer der im untergrund geht du können sich ja da ein bisschen mehr aus kommt das von dir creeper feier creeper was ist denn mein hammer ist weg was ist denn unten ich bin mit 200 leben und ich höre dich aber das ist und das ist und dann nein wasser von uns hat das wasser ich kann sie momentan bis entdecken ich bin nicht gut und irgendwas äh poison boah alter was ist das für eine spinne ich bin auch tot nachdem das ist du hast ich bin Oh Mann, du bist ja 책 an oben. Ah nicht, man essen. Muss ja mal in einem Beleicht abkünden. Oh, dann hab ich schon ein bisschen eine Waffe mit mir, wenn ich esse das oder was? Ah, so ich schon. Ich hätte mal probiert, aber ich habe die Sache gerade. Was ist da auch hier schon? Was ist das nur die habe ich, da habe ich mir auch das Bowl ب kans? Ich habe mir gern die Sachen. Dann hab ich auch immer noch ein bisschen. Kann ich so hin fragen lado was? Ich wäre ja, dass wir es doch auch wo? Dann gibt es ja schon mal. Ich habe auch den Teil da, ja. Das war doch nur noch. Ich finde es war schon enorm. Ich habe das auch schon gut mit. Ich habe auch noch einen Räumen. Ich habe die Sache. was Ja, ja, heim, heim! Oh, er ist da was. War das nicht? Kratsch! Oh, die ist da wohl nicht? Oh, er weiß nicht mehr, äh, der ist hin Deborah, er ist mit. Plus, ähm... Ja, weg gehört! Okay, das tut ich mich. Das ist für die langsam. Ich bin ja, ich bin ja mit der Folz ist in die, und ich bin ja mit der Spannkirche, aber es ist egal, wie ich ganz. Na, wie soll es sagen? Hört euch, dann haben wir das hier von. Durch die Entdeckung. Ja, mit der Farm was ich ja weh also. Was ist, wie ich noch 그러 실? Auf jeden Fall, und das wird echt nicht weg. Was, als ich eine noch das Beste? Ich hoffe mal keine von meinen. Ja, das hier habe ich... Ja, das hier habe ich... Ja, das hier habe ich... Ja, das ist... Ja, der ist... Ja, das ist... Ja, das ist... So, ich würde sagen, ich könnte mal wieder vorgehen, aber... Ich hoffe dann nicht, dass ich... Ich würde mich gerne wieder angetragen... Ja, ich werde nicht dran... Okay, ich werde nicht dran... Was denn? Was hieß denn ab? Also, eins steckt hier noch, oder? Nein, okay... Warte mal, das kann ich vielleicht mal... Hier meins... So, vorne ist noch weg... Sau, sagt die... Handschuhe... Was du zählen kennst, ist da nicht mal schlecht... Ja, ich würde mich auch mal hinter... Ein bisschen rumbrudeln... Ja, du hast ja... Nein, brauchst du dich... Nee, nee... Was trinken gerade... Jetzt auch... Oh, Blöcke habe ich mit... Das ist schon mal gut... Dein Grab hast du komplett, ne? Ja, ich habe jetzt... Du hast unsere Dinge nicht abgebaut... Okay... Ja... Wo bist du... Langgegangen? Bist einfach den Weg langgegangen? Ja, ja... Okay... Hier ist nichts... Okay... Er ist aber auch mutig... Er rennt an die Kistemasse auf gleich... Ja, sicher... Wollen wir die oberste Etage komplett ziehen... Oder gerne runter... Ich würde, wenn... Nicht, dass wir riskanterweise noch Überraschungen kriegen... Eigentlich gerne überall durch... Ja... Das ist... Richtige Einstellung... Jetzt fragt dich, sollen wir zusammen gehen, oder sollen wir jetzt... Soll ich jetzt rechts runter gehen, weil die ersten sind... Ich glaube ich nur habenlos, ne? Ja... Wie du nimmst... Ja... Du... Äh... Du kriegst Ärger... Das Problem ist, ich... Ärger... Er ist zackt erst mal fest... Hier ist auf jeden Fall ein Küchlein... Äh... Nur ein Küchlein... Bücher... Ein Protektor... Na gut... Bücher brauchen wir essen... Wenn essen... Ist hier noch was drinne... Ich bin aber eher nur für den Knochen... Den Rest... Und... Die Gehirne... Den Rest... Ja... Ich war im großen Rutsamt mit... Da schmeiße ich alles mal rein... Ja... Alles wollte ich jetzt nicht mitnehmen... Nein, nein... Ich hab ja auch nicht alles mitgenommen... Ich hab ja nur... Äh... Teil... Oh, ne Bombe... Oh, nice... Knochen... Knochen brauchen wir auf jeden Fall für gut für unsere Farm... Ist der Damage... Hallöchen... Jemand zu Hause... Guten Tag... Oh... Fetration... Nein... Hier sind wieder Hop... Hier ist so ein Raum mit Hoppern... Soll ich das wieder mitnehmen? Dann werde ich mal einschmerzen... Ja, das geht ja... Ja... Also... Vielleicht können wir es auch dennoch so gebrauchen... Ich hab mal das... Goldschaukel... Nice... Feuer... Lava... Wasser... So... Hier ist ja nichts mehr... Nö... Wundschaukel... Ist eher sowas... Das viel harmlose hier... So... Noch der eine Gang... Ne... Den haben wir... Da müssen wir hier... Ne... War hier hier, ne? Ne... Warte... Das war da hinten... Ja... Hier... Wenn du hier drüber gehst... Ja... Gut... Ich hab Gott sei Dank die Fackel im Haus gewählt... Quid... Du brauchst nen Helm... Oh... Warte... Habe ich irgendwo einen... Ich hab irgendwo einen gehabt... Mach ich den einen hin... Protection... Ne... Ich nehm den mit Protection... Ich hab einen... Zack... Gut... Ruckel... Auch... Scheiße... Ja gut... Wir müssen hier den Eingang nehmen... Ja... Ich seh's grad schon... Aus welchem Grund... Guck mal, dass ich schon... Geradeaus ein bisschen durchgelöchert bekommen... Du bist links langgegangen... Ja... Das heißt wenn irgendwas... Ah hier ist ein großer Raum... Gut... Bücherregale... Mit dem Diva... Genau... Mit diesem negativen... Jetzt will ich den Diva haben... Mitnehmen... Ah... Das will ich auch mitnehmen hier... Oh... Jetzt bin ich natürlich ein tiefer gefallen... Das ist ja nicht gut... So... Lass ich hier wieder rauskomme... Aus dem Gewuhl... Hallo... Hallo... Oh... Ne... Tawarzen mitnehmen... Was haben wir noch hier hinter... Ruckel... Ja gut... Das kann man jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht... Ich glaube die sind jetzt immer noch in der Hölle... Ne... Das kann sein... Ja... Ah... Sollte man mal ein bisschen von abziehen... Es läuft auf jeden Fall flüssiger... Muss man dazu sagen... So... Da hinten war nichts mehr? Also bei mir auf jeden Fall nicht mehr... So... Oh... Knochen, Gehirne... Nehme ich alles gern mit... Hier ist auf jeden Fall der Gang zum nächsten... Auch... School and Muscat... Äh... So... Hier vorsichtig... Guck gerade links und rechts... Bei mir ist ja nichts mehr... Warum vorsichtig? Was ist denn? Wie willst du noch? Ja... Hier nicht mehr... Ne... Ne... Was ist das? Alle... Meine Druckplatten... Die Druckplatten schubsen einen runter... Okay... Ach... Dann sind dahinter Pisten oder wie? Mhm... Okay... So... Hier hattest du alles, ne? Da hatte ich auch alles... Das heißt... Wir könnten wieder eine Etage tiefer gehen... Wenn wir wollen... Ja... Wir haben noch die andere Regeln... Ach... Stimmt... Du erinnerst mich an was... Oh... Magia... Wow... Das war ich auch gesehen... Feuer ist echt widerlich... Winter... Oh... Was ist das denn für ein Event jetzt? Äh... Schneefall... Was? Wir dürfen uns nicht stören... Ist das... Oder? Ich hab den Eingang auch gemacht schon... Oh... Da passiert nix... Oh... Ich wollte gerade sagen... Der Wizard sollte eigentlich mal sterben... Ah... Von da wird nix kommen... Oh... Ist alles offen... Hier ist ein komischer Trank... Da unten... Der gammelt da unten oben... Der gute Dude... So... Mal hier rüber... Oh... Hier geht es auch noch weiter... Oh... 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 Bist du dann gelaufen? Ah... Ah... Ich seh dich da hinten... Ja... 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 Weil es hier unten schräg noch weiter geht, ne? Hast du das gesehen? Ja... Das ist ja... Äh... Nicht von der... Von Dungeon selber aus... Das ist ja von... Äh... Minecraft... Also ist das so ein... Könnte das dann in der Portal dann in der Nähe sein? Wenn das die Steine sind? Könnte sein... Das geht doch noch so komisch schräg nach unten dahin... Das könnte echt danach aussehen... Hm... Können wir auf jeden Fall mal nachgehen mal später... Ja... Hab ja hier ein Waypoint gesetzt... Gut... Du bist jetzt im anderen Gang drin... Ja... 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 Das Problem ist ja unter uns point ja auch grad alles... Ja... Ja... Klar... Wir werden aber auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben... Ja... Oben ist clear... Können wir runter... Gut... Äh... Das war hier lang... Wie sieht es bei dir mit Essen und Trinken aus? Ich bin voll... Gut... Ich esse eben noch was... Was da trinken kann ich gleich... Ja... Dann kann ich das eben... Ja... Ey... Mal warte zu lange... Das ist gut... So... Dann geht's... So... Auch hier... Die Daten 3... Hey... Ich komm mit... Oh... 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 Äh... Ähm... Alles klar... Moment... Habe ich nicht was in der Tasche... Das ist Nummer 2... Ne... Ich hab nichts in der Tasche... Aber... Oh... Wo ist der andere? Ich sehe ihn gar nicht... Der... Der... Geht hier ein bisschen rum... Wo ist er? Oh... Oh... Ich würde sagen... Ähm... Hat sich dann erledigt... Hallo... Freunde... Der Nacht... Ja... Lass mal hier den Gang gleich nehmen... Passt du auf... Okay... Warte... Ich war jetzt unten auf... Oder... Oh... Mein Gott... Lifesteal... Gravity... Bärserk... Gut... Was machst du denn? Jodo... Geht da... Äh... Gut... Ich mach bei dir sowieso viel, ne? Alter... In den... Äh... In den Särgen hier... In den Särgen... Okay... Ich geh von hinten ran... Die Spawner... Da hinten sind diese Quarzdinger... Hier glaube ich auch in den Wänden ist irgendwas drin... Ja... Kannst du ausleuchten? Kanner... 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 Ja... Ich hab einen leichten Böser-Effekt... Äh... Ich hab einen Dungeon gehört... Aber interessant ist hier oben... Wo bist du denn? Was denn da... Wie gesagt, auch wenn da Knochen drin sind... Gerne mitnehmen... Dass wir später mal was aussortieren können... Ich hab den hier grad für den Rüstung bekommen... So... Protection Dying... Fireproof... Oh... Du kriegst irgendwo Schaden noch... So... Genau... Da ist er... Die... Die kannst du hergelegen... Die Schaufel... Ja... Klar... Lässt nicht trocken... Die will ja nicht... Nee... Der sagt der... Das war Judo's... Oh... Weg 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 weg... Gerwig... Äh... Du bist gerade... In den Fall reingekommen... Ich hab... Daran nicht mehr gedacht... Links ist... Links ist ne Chest... Ich will da hin... Das ist ne Trap Chest... Ne... Das ist ne... Kommen wir nicht ran... Die ist verschlossen... Ah... ne Zelda Chest... Ja... Dann können wir hier weg gehen... Okay... Joa... Ist auf jeden Fall explosiv losgegangen... Ne... Bist du jetzt komplett zurückgegangen? Ja... Ich bin... Ja... Zu der Treppe... Okay... Pass auf die Fishing Zombies auf... Ach... die wollen wieder... Davon redet... Ui... Ich kann... Durch deine Viecher... Ich weiß nicht, ob ich deine Viecher... Töten kann... Deine Viecher... Die... Warte... Warte... Oh... Das Feuer weg, ne? Ja... Ja... Ah... 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 Ich hab Schild offen... Ey was wollen... Dach deine... Deine Viecher gehen jetzt auf mich ab... Ah... Interessant... Das kenn ich auch noch nicht... Die Gefängnisse... Ah... Mit der Treppe... Doch... Die hab ich auch schon gesehen... Die sind echt ekelhaft... Oh... Ich hab so viel Poisen... Ich könnte sterben... Hier... Kann man was essen? Ja... Miniaturherz... Hilft nicht... Gegen Gift... Würde... Hätt gleich etwas helfen... Ah... Geht aber noch... Ja... Oh... Ist das hier Obsidian... Du musst es ausleuchten... Kommt da... Hallo Freunde... Oh... Weiter geht er auch nicht... Äh... Über dir... Ja... Aber der will nicht attackiert werden... Ah... Jetzt... Oh... Oh... Alles klar... Pass auf... Spinne... Spinne... Goldapfel... Ja... Und ich fang mich mal durch... Oh... Wo ist denn das Skelett? Ach... Hinter uns! Ah... Sobald ich fest... Da oben... Ich hänge fest... Äh... Nix... Ich weiß nicht... Ob ich sie irgendwo hier befreien kann... So... Dankeschön... Was gab's denn hier für ein halbes Schwert? Was gab's denn hier für ein halbes Schwert? So... 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 Sollten wir die Spawner hier rausnehmen... Ich weiß nicht... Irgendwann ist bestimmt einer wieder hier drinnen... Okay... Oben ist keiner... Hier ist ja... Hier ist ja irgendwo... Torches... Das hier... Wo ich bin... An der Wand... Hinter dir... Hinter dir... Okay... Naja... Da ist auch schon mal tot... Vermute ich in der anderen auch noch... Hast du das schon gemacht? Alles schon gemacht... Weil im nächsten Raum sind noch welche... Ja... Okay... Ich muss mal zurück... Ach... Scheiße... Was denn? Achtung... Ich muss eben was trinken... Oh... Danke... Dann versuch da rauszukommen... Versuch da rauszukommen... Ich halte das so lange auf hier... Danke... Bist du rausgekommen? Ja... Boah... Ich muss was trinken... Ja... Ich mach hier kurz... Ich mach hier kurz... Nen Zombie... da ist voll naja ich sag mal so nicht nur alles voll sondern meine rüstung meine sieht nicht viel besser aus dschungeln weitergehen für rüstung als neuen gerüstung mit ich habe jetzt noch alles so lederzeug was bringt ich habe hier feier beruft und sowas drauf was was einer auch nicht weiterhilft leider nicht was was erst mal eine bombe zünden wie viel viecher kommen denn um die ecke rum das ist auch ekel auf diese komischen kleinen viecher die dann mal wieder rauskommen rückzug 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 muss auch zurück ich habe keine absorb herzen mehr ich habe keine normalen herzen mehr ich weiß nicht wo die guten jungs hinwollen ich glaube die wollen hinter dir her krass ich habe hier ich habe hier ich habe hier ich habe hier Ich hab ... Ich hab schon mal, was ich jetzt? Kaltes mal! Ich weiß nicht, ob erlässt uns noch einen Es war nicht nur ein Problem, der kann ich nicht Ich hab keine Angst, dass zu einem Ich hab keine Angst, dass es zu einem Ich hab nur einen Haken, da Habt ihr die Leute? Hallo Zambi Ja gut, du kommst da hinten, ja, da war ich noch ein bisschen Aber da gibt es noch ein bisschen weiter Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da auch Oh, ich bin da, ich bin da, danke Oh, ich bin da, ich bin da Ich bin da raus Was ist das für eine Schaltung? Ähm Feuerwerk? Ja, ich bin da nicht mehr Feuerwerk aufschießen Loll Welche jetzt gerade erst? Wo ist denn da oben? Oh, ne Moment, ich komme Ach, meine, das hat da noch oben in den Tauern, ich höre nicht Wir sind doch nicht die höheren, ne? Hopp Gut, ähm, Süßland, da muss ich doch nicht lang Ich bin da ein bisschen so geht, ne, da kam der ja Was ist denn? Da lang? Ne, jetzt Ende Gelände Oh, komm denn die raus? Wie willkommen? Na, ich hab's gefunden, ich hab ja unsere Beiden Ah Wir waren da gleich nach oben, sag Komm mal Arschlund, was? Du willst mich auch komplett eingehalten, ne? Na, klar, ja Schleif dir mal Du hast ja jetzt die Hälfte, das da noch da in der Fülle, 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 in der Fülle Und er auch verflückt Oh, Max, wo willst du hin, zurück? Ich würde sagen, machen wir jetzt hier, ja, Moderation kann mit kleiner mann warte so ich wundere mich wo bist du so ja wenn euch die folge gefallen hat last eine positive wertung da könnte in der kommentare mal reinschreiben geht es um tricks für uns hat das dunks und dungeons ja und die spiele von mount up und ja ihr seht links oben seinen abonnenten knappen band links und mein rechts unten das erste video und rechts oben ein random video was auf euch zugeschnitten ist aber klickt immer unten bei ihm hin und ich sag mal tschüss bis zum nächsten mal und tschüss